Herzlich Willkommen heute zum zweiten MyNova-Talk zum Thema Energie bewegt. Heute bei uns ist Gast Uwe Bindewald, Ex-Eintracht-Profi. Uwe, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Uwe, bevor es losgeht und wir die Fragen stellen zu dem Thema, zu dem du eigentlich heute hier bist, bist einer der Teamkapitäne für unseren MyNova-Marathon-Staffelkapitän. Aber unsere User hat am Anfang natürlich brennend interessiert. Mit der Eintracht war es momentan super, am Freitag wieder 3-0 gegen den HSV. Woran lag es? War die Eintracht so gut oder war der HSV so schwach? Also ich hatte Zeit, mir das Spiel anzuschauen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs haben eine super Leistung abgeliefert, sei es von der Morale, vom Charakter her, von der Leidenschaft. Haben am Ende dann den Ball lauben gelassen, die Gegner lauben gelassen und haben wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Womit auch nicht zu rechnen war, in Hamburg auch, war ja Trainerwechsel, hat er angestanden und denke ich war auch von vornherein auch nicht, dass man sagt, das nimmt man einfach mal so mit. Aber die Jungs haben das wirklich mit Bravour gemeistert und das freut einen schon ganz sehr. Jetzt geht es diese Woche ja im Pokal gegen Ingolstadt und kommende Woche am Freitag gegen Gladbach. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, ich denke mal, es ist, wenn man die letzten Spiele verfolgt, auch, dass alles möglich ist. Man hat gegen die Bayern eine richtig gute Leistung abgeliefert, jetzt in Hamburg auch. Also ich glaube, man braucht sich von keinen Gegnern jetzt irgendwie zu verstecken. Es ist jetzt auch keine Mannschaft da, wo man sagt, die ist wirklich überragend und wenn man da einen Punkt holt, dann kann man zufrieden sein. Aber wie Ingolstadt und auch Gladbach kann man beide schlagen. Jetzt ist ja Ingolstadt, müssen Sie an der Stelle mal kurz ansprechen, ja ein Geisterspiel. Es sind wenige Fans wohl da. Wie ist denn das für ein Spieler auf dem Platz? Kriegt der das mit oder blenden die Spieler das komplett aus? Ja, das bekommt man schon mit, weil man einfach, sagen wir mal, die Stadien sind jedes Wochenende gefüllt. Man ist es einfach gewohnt, auch vor 40.000, 50.000 Zuschauer zu spielen. Es macht einfach Spaß. Und wenn dann halt mal jetzt wie dann morgen dann nur 10.000 oder 15.000 im Stadion sind, ja, das ist wirklich schon ein Geisterspiel. Das ist eine ganz komische Atmosphäre. Aber man ist ja dann halt auch Profi und muss das einfach ablegen, muss das beiseite legen und muss sich dann auf das Wesentliche, auf das Fußballspielen konzentrieren. Kommen wir zum nächsten Mal zum Marathon. Da bist du eigentlich schon am Marathon gelaufen? Nein, das ist mein erster Marathon und ich freue mich riesig drauf, muss ich sagen. Bereitest du dich jetzt irgendwie besonders darauf vor? Ja, ich habe bei einem Interview schon gesagt, dass meine Vorbereitung findet so statt, von der Couch zum Kühlschrank und wieder zurück. Aber ja, so ein bisschen was mache ich schon als Co-Trainer oder so. Dann werde ich mal mitspielen in der Traditionsmannschaft. Also das sind meine Tätigkeiten oder meine Vorbereitungen auf dem Marathon. Ich würde gerne mal beim Thema Laufen bleiben. Du trainierst ja momentan aktuell als Co-Trainer die U19. Da ist Laufen ja sicherlich auch ein Thema. Wie war das denn? Was ist bei dir, wenn du jetzt mal deine Zeit vergleichst, das Lauftraining und das Lauftraining heute? Gibt es da Unterschiede und wenn ja welche? Ja, es gab damals schon Unterschiede. Also ich muss sagen, zur damaligen Zeit hatte ich einen Trainer gehabt, der schon auf Laktat sehr viel Wert gelegen hat und auch in taktischer Hinsicht, was ja heute auch eine große Rolle spielt im Fußball auch. Es gab schon den einen oder anderen Trainer. Aber das ist, glaube ich, es wird noch viel, viel mehr Wert darauf gelegt, auf Werte, auf keine Übersäuerung und sonstiges, was da alles zustande kommt oder was man braucht, um Erfolg zu haben. Und es wird viel mehr investiert als früher. Also das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied, dass da in diesem Bereich, sei es das Athletiktraining, Laktat und auf dem Platz, dass man nicht übersäuert ist, weil man viele Spiele hat, da viel mehr investiert wird an Geld. Habt ihr damals eigentlich auch eure Laufzeiten gemessen? Ich meine, es ist ja heute, hat ja jeder so seine Manager-Tools und kann während des Spiels schon per App genau nachgucken, wie ist jetzt der ein oder andere Spieler gelaufen. Hatte ihr das damals schon zu deiner aktiven Zeit wenigstens hinterher? Hat das irgendjemand ausgewertet, wie viele Kilometer gemacht habt? Ich glaube, soweit ich mich daran erinnern kann, hat es so Anfang der 2000 mit Felix Mackert hat es so ein bisschen begonnen, wo, ich weiß nicht, ob es der Kicker war oder ich will jetzt hier keine Werbung machen, so Statistiken festgelegt worden sind auch, ja, Laufwerte, wie viel einer läuft und da hat es so begonnen eigentlich. Aber denke ich, vor 2000 hat es weniger eine Rolle gespielt. Kommen wir zur ersten Publikumsfrage, die ich habe. Der Kevin fragt, lieber Uwe, ob du die sechs Kilometer wirklich laufen oder grätschen möchtest? Ja, ich wäre immer aufs Grätschen angesprochen, also ich glaube, ich bin im Spiel nie so viel gegrätscht, wie ich jetzt immer hier so dargestellt werde. Aber ich probiere noch zu laufen, ich denke mal, ich werde das noch hinbekommen. Es wird nicht mehr ganz reibungslos sein, also wir werden schon ein bisschen umeiern, aber wir werden das schon hinbekommen und vernünftig hinbekommen und hoffentlich natürlich auch eine vernünftige Zeit. Dann ist noch eine Frage, die ich heute bei uns bei den Kollegen auf dem Flur mitgenommen habe, beziehungsweise in der Kantine. Mich hat einer so angesprochen, der hier in der Uwe heute Abend kommt. Frage mal, läuft der mit normalen Turnschuhe oder zieht der Kickschuhe an? Dann macht er 18er Stollen drauf oder wie sieht es aus? Ja gut, das ist schon in meinen Magenzeiten, wenn wir in der Kabine sind, Alex und ich oder so, wir bereiten die Mannschaft vor, dann ist es so mein Thema auch, weil ich glaube, dass schon sehr, sehr viel Wert auf Stollenschuhe gelegt werden muss. Aber beim Marathon werde ich sie mal zur Seite stellen und werde mal ohne Schraubstollen laufen. Aber du hast gerade die Stollenschuhe angesprochen, was mir momentan auch fällt, auch jetzt schon im Jugendbereich, das ist ja unglaublich, die Schuhfarben, die sich da auf dem Platz sehen. Also da sind ja alle vom grellsten Grün bis zum Pink, Orange, da ist ja alles dabei. Hast du dir das vorstellen können, mal mit Pinken oder Orangenen Schuhen aufzulaufen? Ja, weniger. Also es ist wirklich schon makaber, muss man schon sagen, wie das sich entwickelt hat, aber auch, muss man sagen, auch die großen Sportartikelhersteller, die das geschafft haben, die jungen Leute so zu motivieren, dass sie sich wirklich alle zwei Monate neue Fußballschuhe kaufen, ja, weil es eine neue Farbe gibt. Ich finde, die Farbe spielt keine Rolle, das findet einfach, die Qualität muss gut sein, der Schuh muss passen, der muss zu einem passen und ob der dann jetzt geht, die Zeiten ändern sich, ob der dann jetzt blau, gelb oder grün ist, ich spiele am liebsten in schwarz oder vielleicht auch mal in weiß, das geht auch mal vor. Aber das sind einfach so die 3D-Farben und wenn einer meint, der muss die grün oder die gelbe anziehen, dann muss er das halt machen. Aber unter den Jungs ist das schon ein Thema, oder? Das ist ein Thema auch, ja, also es ist auch, wie gesagt, auch jetzt immer in der Kabine auch ein Thema, weil die Jungs dann auch wissen wollen, wie finden sie denn den Schuh oder, wie sagt ihr, Plastikschuh, was wollt ihr mit dem Plastikschuh, das könnt ihr ja mal verbrennen oder so, kauft euch einen gescheiten Lederschuh, ja, das ist gut für den Fuß auch und, aber gut, die Jungs fühlen sich darin wohl, die fühlen sich sehr bunt darin und vor allem dann, wenn sie dann Erfolg haben, ist es ja auch dann schnutzpieps egal, was sie für Schuhe haben. Ich würde gerade sagen, es liegt ja nicht nur an den Schuhn, ob jemand sich durchsetzt auf dem Level. Das ist auch die nächste Frage, die einer unserer Facebook-Nutzer gestellt hat. Lieber Elias, du wolltest wissen, deine Meinung, lieber Uwe, zum Ayman Barkov, das ist, glaube ich, einer eurer Rechtsverteidiger, die ihr habt, schafft ihr es? Ist ja auf dem Weg, zum großen Profi zu werden. Wie weit ist er noch weg vom Durchbruch? Wie weit ist er noch weg? Also der Ayman, muss man ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn in der U17 schon gehabt, als ich damals Cheftrainer war. Sie hat eine super Entwicklung genommen die letzten Jahre auch, war kein einfacher Spieler, aber ein Spieler, der lernen wollte, der dazugelernt hat und der sich wirklich von Monat zu Monat auch oder von Jahr zu Jahr auch verbessert hat. Und ich kann mir gut, sehr gut vorstellen, dass wenn er jetzt nicht die zügig schleifen lässt, dass er den ganz großen Cup machen kann. Was mir aufgefallen ist, auch in der Vorbereitung, der Himmel hat einen Spielerberater. Ist es üblich, dass jetzt schon U19-Talente bei euch, bei Frank in der Eintracht, dass die Spielerberater mitbringen? Ja, das ist, U19 ist ja fast schon spät. Also wer in der U19 keinen Spielerberater hat, ist fast out oder so. Das fängt ja in der U15 schon an, wo die Spieler halt oder vielleicht auch die Eltern meinen, das ist ein toller Spieler, wir brauchen jetzt unbedingt einen Spielerberater, um dann, wie gesagt, den Karriereweg einzuplanen, schon so vorzugeben, dass man dann irgendwann so an den großen Topf kommt oder so. Aber es ist nicht immer alles planbar. Ein Berater kann natürlich auch schon hilfreich sein. Aber letztendlich, glaube ich, ist es wichtig, dass die Spieler wollen. Die Spieler müssen wollen, müssen die die richtige Einstellung dazu haben. Und wenn man die hat, denke ich, auch kommt man ohne Berater ganz gut klar bis zu einem gewissen Punkt. Die Frage nach dem Berater, die zieht ja auch noch mehr hin. Nehmen die Einfluss auf euch als Trainer? Kommen die beträglichen Forderungen sagen, also vor neun dürft ihr kein Training machen, weil da geht es nicht. Versuchen die da Einfluss aufzunehmen oder sind die so professionell, dass sie davon Anstand nehmen? Ja, da, ich glaube, da dürfen wir uns nicht davon beeinflussen lassen. Also wenn es schon so weit wäre, dass die Berater da Einfluss drauf nehmen würden, wann das Training stattfindet oder wie wir trainieren oder was wir trainieren, das wäre schon krass. Aber sie nehmen indirekt über die Spieler. Probieren sie da, ja, Druck auszuüben oder vielleicht gewisse Dinge zu fordern halt auch, die, wo sie meinen halt, die für die Spieler halt wichtig sind. So indirekt vielleicht schon, ja, gewissen Druck ausüben, aber man muss da als Verein dahinter stehen, muss das, was man macht auch gut heißen. Und es ist bestimmt nicht alles richtig, aber man muss hinter dem, was man macht, muss man auf jeden Fall auch hinter stehen. Dann die nächste Frage um den Spielerberater, was mich auch noch besonders interessiert. Du warst ja selbst junger Profi, bist sehr, sehr jung zur Eintracht gekommen, hast lange für die Eintracht gespielt. Wenn du mal so deine aktive Karriere verfolgst und heute ein hoffnungsvolles Talent siehst, das es vielleicht packen wird, was ist denn so der Unterschied? Was hat dich damals beeindruckt und was waren so deine Gedanken, die du als junger Profi hattest? Und was davon ist heute vielleicht genau noch so und was ist anders? Ja, ich denke, die Medienwelt, die verzerrt schon einiges, ja. Also es ist immer das Tolle, das einfache Profi zu werden, das viele Geld spielt immer, glaube ich, eine ganz große Rolle bei den jungen Spielern auch, ja, was sie für tolle Autos fahren und, und, und. Aber es ist schon ein harter Weg, es ist auch ein schnelllebiges Geschäft auch, man muss da immer aufpassen auch. Wer große Ansprüche hat, ja, die muss man auch dann nach der Karriere dann auch weiter ausbauen oder muss die beibehalten, wenn man die beibehalten möchte, weil, wie gesagt, das Leben oder an sich auch die Karriere ist schnelllebig. Und, ähm, es ist schon nicht einfach für die Jungs auch, ja. Die kriegen schon ein... Ich bin jetzt Hand aufs Herz. Autos haben dich nicht interessiert? Ja, doch schon, aber, aber nicht jetzt so, dass ich jetzt sagen würde, äh, das ist mein Ein und Alles und, äh, es soll alles in vernünftigen Bahnen sein auch, es muss, äh, muss alles gut kalkuliert sein auch, wie gesagt, das Geld gibt es schnell aus, ja, wenn, klar, die Jungs verdienen heute, äh, jede Menge Geld auch und Schnellgeld auch, aber wie gesagt, äh, die Autos sind auch, oder auch die anderen Dinge, was weiß ich, die Urlauber, die Häuser oder sowas kosten ja auch dementsprechend und, äh, die Ansprüche würden, glaube ich, bei einem guten Gehalt auch, äh, ein bisschen höher. Dann kommt die nächste Frage auch noch, da können wir das Thema Jugend mal abschließen von unserem Facebook-User Philipp. Philipp, du fragst live bei uns, was erreichst du noch in diesem Jahr mit der U19? Was ist so euer selbst gestecktes Ziel? Naja, gute Frage, in diesem Jahr oder in dieser Saison? Ja, gute Frage jetzt. Also, in dieser... Gehen wir mal in dieser Saison ab. In dieser Saison ab, okay. Äh, man muss sagen, ähm, die Jungs in dieser Saison machen einem wirklich Freude, es macht wirklich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, die nehmen viel an, probieren viel umzusetzen. Natürlich fordern die auch ein, es gibt immer wieder, ähm, immer kleinere Problemchen oder vielleicht auch mal größere. Man hat auch dann auch, natürlich auch, wenn es für die Jungs schön ist, wenn es oben bei den Profis sind auch, ähm, ähm, gibt es auch dann Spieler, die, äh, damit vielleicht auch nicht klarkommen. Und, aber wenn wir das alles so umsetzen könnten, ja, wie, äh, wie, äh, wie die Jungs das jetzt im letzten Spiel gegen 1860 München gezeigt haben, ja, das war wirklich klasse, ähm, mit einer Saison 95-96. Wir haben uns vorhin das Video nochmal angeschaut, da gab es, glaub ich, zwei Traumtore. Eins von J.J. Okocha, das muss man fairerweise dazu sagen, der so die halbe Abwehr von 60 hat stehen lassen. Und eins aber auch von dir, ich glaub, Ball an der Mittellinie angenommen, alleine vor das Tor und glänzend über den Torwartboden. Wie lange erinnerst du dich noch an, änderst du dich als Profi noch an genau die Momente? Weil es war schon ein schönes Tor, oder? Das war ein schönes Tor gewesen, ja. Ich, äh, hab mich auch gefragt, warum ich nicht noch mehr Tore gemacht hab, aber der eine oder andere Trainer hat dann vielleicht gesagt, bleib lieber mal hin. Ja, das sind, äh, tolle Momente und ich glaube auch, umso älter man wird, auch umso bewusster wird man dann eigentlich auch, äh, was man eigentlich erreicht hat oder was man geleistet hat oder was man viel tolle Dinge erlebt hat eigentlich als, äh, Bundesliga-Profi und, äh, da waren schon viel, viel schöne, schöne, schöne Dinge dabei ja auch, genauso wie negativ auch, aber das sind auch, äh, Lebenserfahrungen, die, die dann auch hängen bleiben. Bleiben wir mal bei den schönen Dingen erstmal, und ich hab grad schon J.J. Okocha angesprochen und in die gleiche Richtung geht die Frage unseres Users Torsten. Torsten fragt, wie hast du denn die Zeit damals mit Anthony Yeboah, J.J. Okocha oder mit all den anderen gefunden? Ja, das ist ja irgendwie tolle Geschichten. Es gibt mit Sicherheit tolle Geschichten, aber die ich heute nicht hier preisgeben werde. Also, aber, aber das war wirklich eine, eine, eine ganz tolle Zeit, ja, mit den Spielern, mit, mit Toni auch. Ja, aber wenn man sich so nach so langer Zeit wieder sieht auch, ja, oder, oder, oder auch J.J., der, glaub ich, beim, oder, er war beim, beim, äh, die Parod, da, Benefit-Spiel da gewesen. Und wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht, oder so, ja, und sich begrüßt, und, 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 und das herzhaft, oder herzlich ist auch, ja, dann, 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 dann freut man sich darüber, und Binde, wie geht's, oder so, ja. Ja, das war eine, eine richtig tolle Zeit, und das kann man mit, äh, keinem Geld der Welt, äh, glaub ich, äh, kaufen auch, ja. Ja, das, äh, das bleibt wirklich im Herzen, und, äh, und die, mit den Jungs, äh, spielen zu dürfen, oder, ja, ja, um Erfolg haben zu können. Wir haben leider nicht den ganz großen Cup gelandet, ja, wer drin gewesen, aber, aber die Zeit, die war schon, die war schon klasse gewesen, ja. Ja, da möchte ich wirklich keine Sekunde vermissen. Ich knüpfe mal drei Fragen an, ganz schnell hintereinander. Wer war dein Lieblings-Mitspieler? Oh je, da gibt's mehrere, ähm, ähm, von wann? Alex Schur. Alex Schur, ja, das muss das sein. Wer war dein, äh, dein schlimmster Gegenspieler? Mein schlimmster, äh, ich glaub, schlimm als Schaffi sah. Und wer, du hast ja unter einigen Trainern gespielt, von welchen Trainern nimmst du auch heute noch so am meisten mit? Ja, Horst Ermantraut war ein sehr, sehr guter Trainer gewesen. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, das war ja schon eine ganze Latte. Ja. Hast du eigentlich jetzt nochmal das Ziel, das ist eine Frage, die wir auch eben von einem unserer User live reinbekommen haben, hast du eigentlich auch mal das Ziel, das ist noch Chef Trainer zu werden? Ja gut, wenn ich das Ziel noch, ähm, hätte, dann müsste ich jetzt meinen Fußballlehrer machen, habe ich jetzt nicht so groß in Erwägung gezogen. Aber, ähm, man weiß ja nie, aber man kommt dann auch jetzt in gewisses Alter, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und, ähm, man sieht ja auch dann, ähm, wenn man in die Bundesliga reinschaut, äh, wie jüng die Trainer so mittlerweile werden auch, ja. Ähm, ähm, ja, da gehör ich ja fast schon richtig zum alten Eisen. Also von daher, glaub ich, ist der Zug schon abgefahren. Aber natürlich würde ich gerne was, äh, äh, in einem Bereich machen. Aber wenn, äh, irgendwie mal was sich ergeben würde, würde ich natürlich nicht nein sagen. Ein bisschen enger Weggefährte von Alex Schwur, der der letzte Puppe hier bei uns auf der Couch mit saß. Und das hat natürlich wahrscheinlich einer unserer User auch gesehen, äh, Julian oder Julian. Ähm, ähm, und er fragt, was hast du eigentlich damals gedacht, als der Alex Schwur dieses sensationelle 6 zu 3 gegen Reutlingen gemacht hat? Was hab ich gedacht? Ich glaub, ich glaub, es gibt ein Bild von Alex und von mir nach dem Spiel. Ähm, ich glaub, das sagt vieles aus. Ja, das war, das war eines der größten Spiele, die, oder, das war so ein verrücktes Spiel, das kann man gar nicht beschreiben. Auf Platz, die Zuschauer sind schon nach Hause gegangen und, äh, als Alex dann noch das Ding da reinwurscht, äh, wie halt Alex so ist mit seinem Köpfchen und, äh, ist an der richtigen Stelle. Ja, da ist einem Stein von Herzen gefallen und da war die, ja, die, das war die pure Freude einfach. War wirklich die pure Freude. Uwe, ich bin ja ganz ehrlich, ich musste mich auf das Interview heute ganz wenig vorbereiten, weil ich gehöre auch zu den Menschen, ich hab zwar auch selbst Fußball gespielt, aber noch viel lieber hab ich irgendwann mal angefangen, Panini-Bilder zu sammeln. Und, äh, ich erinnere mich noch an das, äh, Uwe Bindewald Panini-Bild. Ich erinnere mich auch an den, äh, an den ersten Bundesliga-Manager, wo man dann so die echten Spiele auch aufmachen konnte. Mein Bruder hat aber schon gesagt, Uwe Bindewald, nehm, der gibt Punkte, das gibt Punkte. Was bedeutet einem das eigentlich, wenn man so plötzlich sieht, man macht so ein Panini-Album auf und sagt, ey, das bin ja ich. Was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist so eine schwierige Frage, das macht natürlich einen Stolz halt auch, ja, das ist schon was Besonderes. Aber ich glaube auch, das ist, diese ganzen Dinge zu verarbeiten, das kommt so erst so, glaube ich, nach der Karriere, was man eigentlich alles geleistet hat, was so Panini-Bilder oder, ähm, FIFA war damals auch schon, ja, wo man drauf war oder, ja, das kommt eigentlich so danach eigentlich erstmal, ja, was hast du überhaupt für eine Rolle gespielt? Du bist ja, ja, du bist ja schon Bekannter und ich kenne viel oder so, ja, und, äh, ich war ja auch, ähm, ich denke, ich wollte auch immer noch ein Bodenständiger und wollte das auch nie hören, ich bin kein Star und ich werde auch ein Star sein oder so, ja, aber, aber Leute sagen, du bist ein Bekannter, du bist ein, du bist ein Star, du warst ein ehemaliger Spieler, du warst 15 Jahre Profi gewesen, natürlich nicht wie Ronaldo oder wie sie alle heißen, ja, will ich mich auch nicht vergleichen, aber man ist dann schon irgendwo einer, ja, auf der Bühne gewesen. Aber man kennt mich im Stadion und ich glaube, der Name Ziko ist ja auch immer noch einer, derjenige, der auch noch durch die Gänge und durch die Reihen wabert, ich habe nicht rausgefunden, woher kommt Ziko eigentlich? Oh, nicht rausgefunden. Ich glaube, die Geschichte, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber, ja, aber ist schon wieder ein bisschen länger her, weil, das war ja zu aktiven Zeiten, jetzt ist ja ein bisschen Zeit wieder verflogen, ja, das war auch, ähm, zu der Superzeit mit Ralf Feinmeier, Money Pins, Ralf Weber, äh, in diesem, in diesem tollen Team, äh, haben wir ein bisschen Action gespielt, fünf gegen zwei und, äh, ich hab mich damals, weil, ja, äh, ich, äh, dieser Supertechniker war, ja, ich bin ja halt immer mit, äh, Ziko verglichen worden, hab mich eigentlich selbst auf die Schippe genommen, hab, äh, Ziko gesagt, mit S, und dann ist der Ziko dann hängen geblieben und, äh, ja, der Ziko verfolgt mich heute noch und, äh, ja, ich glaube, es geht ein Schlimmeres. Das kann ich mir auch vorstellen. Du hast eben so gesagt, du bist jetzt so ein bisschen mit Abstand zu euren Profikarriere, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit in deiner Freizeit? Das möchte live unser Facebook-User Raphael. Was? Was du jetzt so in deiner Freizeit? Freizeit? Freizeit. Super. Also, äh, ich weiß nicht, ob Alex, was, Alex, was dazu gesagt hat, also, ähm, ja, wir sind ja hauptamtliche Trainer, oder ich bin hauptamtliche Co-Trainer, äh, bei der U19 und das ist Fulltime-Job und, ähm, äh, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, da ist jetzt in Anführungsstriche, äh, einigermaßen ganz ordentlich. Läuft auch, ja, hat man vielleicht mal einen Tag mehr frei, ansonsten haben wir, äh, einen Tag die Woche frei, das ist unter der Woche, weil wir uns am Wochenende ja vorbereiten müssen, dann, äh, aufs Spiel, das ist Samstag oder Sonntags. Also, einen freien Tag, das ist nicht gerade viel und da bin ich wirklich froh, wenn ich mal meine Ruhe habe, auf der Couch sitze, mit gewissen Rotwein trinke oder Bierchen trinke, und, ähm, dann, äh, ist auch gut für mich. Kommen wir dann noch ein bisschen ins Stadion, ich hab's ja eben schon angesprochen, die Fans, Fankultur, auch das ist ja ein Thema, das die einfach verfolgt, ähm, wie verfolgst du das denn? Also, A, als, was war das für dich damals als aktiver Profi auf dem Platz, war die Fankultur so anders, als es heute ist, oder haben sich da einfach nur ein paar Parameter einfach geändert, oder sind es die gleichen, sind es andere? Ja, es war damals, ähm, die Fankultur hat sich mit Sicherheit geändert, ja, ich mein, äh, es gibt, glaube ich, viele Fans, die sich, äh, feiern lassen wollen, oder, die sich selbst feiern auch, und das sind die Bengalos halt dabei, und wollen halt irgendwo, äh, groß dastehen, das sind halt die Chaoten, die halt vieles kaputt machen, aber ich muss sagen, dass, äh, früher auch, ja, dass die Fans uns, äh, riesig unterstützt haben, äh, ich glaube, äh, nach dem Abstieg ist das Ganze noch ein bisschen mehr zusammengewachsen auch, ähm, viel, viel intensiver geworden, glaube ich, mit, äh, mit, äh, Spieler und Fans und, äh, Unterstützung, und ich glaube, das ist bis heute geblieben und hat sich noch weiter ausgebaut, ich glaube, die Spieler können sich nicht, äh, darüber beklagen, dass sie nicht angefeuert werden und, äh, unterstützt werden von den Fans, wie gesagt, die paar Chaoten, äh, die wird man nie rausbekommen, aber man muss alles dafür tun, dass man die rausbekommt, und, äh, dass man wieder sicher ins Stadion gehen kann, aber, äh, ich glaube, die Eintracht hat echt, äh, tolle Fans, also jetzt hier ohne, äh, jetzt hier irgendjemand Honig drumherum schmieren, äh, drumherum zu schmieren, äh, aber, äh, die Fans sollen weiter so unterstützen, sondern die paar Goden, die werden sich schon mal rausfiltern und wird das Ganze ein bisschen ruhiger. Das glaube ich auch. Die letzte Fußballfachfrage, die ich heute eigentlich habe, auch die kommt hier aus dem Main-Nova-Kreis, und zwar bin ich heute angesprochen worden, ich sollte dich doch mal fragen, der Niko Kovac war ja letzte Woche an der Pressekonferenz, den man übrigens auch hier bei uns auf Facebook, auf dem Main-Nova-Kanal immer live mit anschauen kann, und da hat er ja gesagt, dass das Stadion oder die Eintracht nicht so wirklich Bundesliga-tauglich ist, da haben wir ein paar Beispiele genannt, dass nicht jeder Platz beheizt ist, oder der Fußballplatz beheizt ist, und, 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 ähm, musst du, wenn du sowas hörst, als jemand, der auch den Neunseger schon gekickt hat, musst du da eher schmunzeln, sagst, wir haben damals noch in einer ganz anderen Bedingung gewonnen, oder nimmst du das ernst und sagst, nee, der Niko hat recht? Nee, der Niko hat recht, ähm, und, äh, das ist halt, es ist immer ein Thema, ja, und es ist halt schade, dass halt der Niko vielleicht kommen muss, und sagen muss, äh, da müssen wir was tun, da muss, muss was passieren, man sieht es einfach auch an der U19 auch, ja, die Entwicklung der anderen Vereine, ja, ähm, was an, an Trainingsplätzen, an, ja, an, an Krafträumen, was, 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 was da vonstatten geht, ja, und das sind, das sind Welten mittlerweile dann auch schon mal, wenn man sieht jetzt, äh, was Bayern München für ein Leistungszentrum aufbauen will, ja, dann haben wir ja, da sind wir ja schon wieder ganz weit hinten dran mit unserem Leistungszentrum, ja, obwohl wir zufrieden sein können, wir haben ein gutes Leistungszentrum, und es macht auch Spaß, da zu arbeiten, aber es geht immer weiter, man muss ja auch immer weiter arbeiten, ja, man darf nie, ähm, äh, zufrieden sein, weil ein bekannter Trainer, wie der Horst-Emmert hat auch gesagt, Zufriedenheit ist, äh, Stillstand, und Stillstand ist Rückschritt, und so ist es halt auch mal, ja, und man muss immer wieder dran arbeiten, man muss immer wieder investieren, ja, äh, wie gesagt, ob das dann die Rasenheizung ist, auf den Trainingsplätzen, ob das, äh, bestimmte Athletikanlagen sind, die man braucht, oder Büros, oder, oder sonstiges, man muss immer, immer was dafür tun, und man muss immer, immer probieren, äh, dass, dass man sich nicht zu weit von der Spitze entfernt. Also ich war ja auch im Stadion, die Alten auf Tribünen sagen, das ist natürlich generell anders, aber ich finde es schön, dass du so Stellung dazu beziehst, und ich glaube auch, dass das Argument, wenn man sich andere Vereine wie Hoffenheim anguckt, da ist schon auch im Jugendbereich einiges, erstes haben wir geboten, aber wir denken, dass die Eintracht da in Zukunft auch rein optimal mithält. Ja, denke ich auch. Dann kommen wir wieder zurück zum Laufen, der Marathon steht, ähm, am Sonntag an, du wirst mitlaufen, du wirst dein Team hoffentlich motivieren, was sind denn so, was sind so deine Erwartungen auf diesen Marathon, freust du dich auf den Marathon, und unser Facebook-User Daniel, der Daniel fragt, was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Frankfurt-Marathon, für dich ganz speziell? Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist mein erster Marathon, und wenn man dann im Fernsehen den Marathon anschaut, ja, und die Fans oder die Zuschauer jubeln einem zu, ich glaube, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, und es ist vielleicht eine andere Atmosphäre im Stadion, bevor 50.000 oder 60.000 Leute das zu spielen lag, und ich glaube, das ist eine ganz andere Stimmung auch, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute dann an der Straße dann die Jungs da anpeitschen, und das einfach am Sonntag nochmal zu erleben, und mit mein Nova freut mich besonders, ich freue mich richtig drauf, am Anfang denkt man so, ah, okay, aber ich glaube, umso näher das Ding rückt, umso, ja, umso freudiger wird die ganze Geschichte auch, und ich bin mal gespannt auf die Atmosphäre, und ich kann dann mal danach sagen, wie es war. Wir würden uns freuen, wenn du vielleicht nächstes Jahr wieder bei uns wärst als Teamkapitän. Glaubst du, dass die Leute dich erkennen werden, die da so am Rand stehen? Also jetzt wissen sie es ja, dass du mitläufst, ja? Ja, also ich habe ja, als wir uns vorhin unterhalten haben, auch schon gesagt, dass ich darauf angesprochen worden bin, dass ich ja beim Marathon mitlaufe und so, ja. Ich denke mal, der eine oder andere wird mich schon noch erkennen, auch, und werde ich nochmal zuwinken, den eine oder andere werden ich auch kennen, also mit Sicherheit. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich. So, wir sind jetzt kurz vorm Schluss unseres Interviews. Letztes Wochen war ja der Alex hier, und der Alex, der hat mich an der Stelle auch gefragt, hat gesagt, Alex, du hast jetzt die Chance, Uwe Bindewald noch ein paar Worte mitzugeben. Er seid ja beides Teamkappten zu unserer Staffeln, und der Alex hat schon einen Pfund rausgehauen, das kann man mal so sagen. Also da war schon eine ordentliche Kampfansage, und hat also gesagt, du wirst mit seinem Team, dein Team, in Grund und Boden rennen. Das war so der Tenor. Und jetzt möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, Uwe, dem Alex, den entsprechenden Entgegnungen zu geben. Ja, das ist ganz nett auch, ich habe mich darauf gefreut. Der Alex hat mich auch schon darauf hingewiesen, dass er einen rausgehauen hat. Der Alex kann natürlich auch in Grund und Boden laufen, das kann er machen, wie er will, aber unser Team kann er nur von hinten anschauen, also dann kann er dann mal gucken, was ich für Schuhe anhabe. Also Alex, zieh dich warm an. Hunde, die laut bellen, beißen nicht. Also, lernen mal was vom alten Mann, Junge. Danke schön am Ende, Uwe. Ich freue mich, dass du bei uns warst. Das war unser zweiter Mainhofer-Fan-Talk zum Thema Energie bewegt im Zugriff auf unseren zukünftigen Marathon am Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke.